Hallo liebe Zuschauer, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich wünsche euch allen schöne Ferien. In ca. 2-3 Wochen geht es weiter. Ich habe immer noch eine kleine Luftbandanzeige dafür, die werden noch so bleiben. Da habe ich drüber dran gekriegt, nicht über was. So, was steht hier da? Da steht keine Ahnung. Das heißt, dass hier auch die Regionalbahn hält. Aber die verhandeln kann. Hier muss man den Weg an. Mit der Ansage behaupten. Tschö, tschö, tschö. So, die Türen schließen. Guck mal abfahrt haben. Ok, wird sich das perfekte. Ich stehe mit dem 320c. Danke schweinig. Dankeschön, das geht genau. Oh my God. Soll ich den, den ich für Autoseiten verbrauche, wo viel man dann zum 100 bis 20 sein kann. Ich habe Bisschen gestellt. Ich habe schon viel gemacht. Ich hoffe... Ja, jetzt... Blödsinn. Und zwar Richtung Süles, Magdeburg, Corona, Traversitzkurven. Ihr habt es schon vorhin gesehen. Es gab Kurven. Ja, ein Wunder. Ich habe noch Kurven gemacht. Zunächst halt, Magdeburg, es geht Industriepark, Aufstieg in Fahrt, Richtung rechts. So... Meine, was ist hier los? Das ist ja auch voll der Betrieb. Mit voller Zauber noch fast. Hier ist noch eine Fahrtbank. So... Alter... ne... Also er hat sich ja auch nicht erinnert. Industrie... Industrie... Ne... Steht der S-Bahn... Ne... Er hat sich nicht erinnert. Ne... So... Jetzt können wir abfahren. Wir haben Abfahrt um 51... Perfekt. Reicht... Reicht genau. Ja, blicken wir schon weiter. Jetzt können wir abfahren. Ja, das hier sehen wir uns mal an. Da ist der LKW. Auch das war... Geist der LKW. Geist der LKW. Ja, hier... Hier ist, wie gesagt, immer die Strecke nach. Da... Ne... Aber da gibt es keine Freizeit. Nein! Das gibt es nicht. Das gibt es ja eigentlich. Pffk. Ich hab ähh... ein großer Fehler gemacht. Es war... Es war... Ich hab doch mal einen Widerfüllen gemacht. Im Gegensatz zum ersten... Wo du vermarktestest magst, bevor... Was war die 140... Und ich hab veressen. Aber scheint die Beschriftung hinzumachen. Da hab mir 80 gelassen. Der hat mir 80 gelassen... Ich hoffe, ich habe die Narfrose gemacht, weil sonst habe ich echt Arschgrad und dann können wir im Ongel laufen. Sollte ich nochmal kurz was drehen? So, nächster Halt, Magdeform ist Saltenkirchen, Ausstieg auf Haftisch von rechts. Aber ich würde mal sagen, heute kann ich besser hinziehen, jetzt machen wir schon. Ach, da bleiben wir zählt. Ach, ich werde in der Zeit hier stehen, ich will es nicht mehr merken. Das gehört hier. Verspätung. Die Rückfahrt werden wir auch nochmal machen. Abfahrt ist 53. Ihr Zug fährt jetzt ab, Vorsicht beim Einsteigen, Türen schließen selbsttätig. So, zwei Minuten etwas später. Aber wir haben heute hier auch noch heute wieder. Um die Diotis-Platt unterbrechen. Wir haben heute noch die Diotis-Platt. Schau mal, dass er das mal passiert. Ah, du Scheiße. Aber ich kann nur auf der Assistenz, ja. Weil, das ist mein Ernst, ja, also wenn ich jetzt überwärts um 80 km fahren kann, nach Schönerweg-Frose, dann habe ich eine echte Arschkarte. Weil das sind so 9 km und ich fährst schon mit 160 km hier für 3 Minuten, ja. Also, ich will nicht wissen, ich bin hier mit 80 Stunden hinter der Einbau. Also, das ist jetzt so schwule, ja. So, nächster Altmarkt, Box Südost, Ausstieg den Fahrtrichtung links. So, ich kann nachher schön beschleunen alles, ja, auf den Videos. So, ich kann jetzt nicht mehr, weil ich da Theolen auf dem Brot zu klicken, aber ich weiß, dass wir hier ganz gut haben. Also, ich weiß, dass die Völ-Bose nicht immer noch so schön ist. Und ich weiß, ob ich eben hier drückte alley-Bose. Abfahrt 55, jetzt 2 Minuten, ein paar Späte, aber ich bin fette Alten, aber ich denke ich muss die Verspätung rauskriegen. Ich kann nur hoffen, dass sich das hier letztlich erinnert hat, weil wenn nicht, bin ich ein Arsch. Und ich probiere jetzt eine Entschuldung, weil ich kann es nicht mehr schlafen. Jetzt. Und ich kann es nicht mehr schlafen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was ist denn passiert? Ich habe bis Gottes Willen vergessen mehr zu machen. Die sind doch 160 angesagt und nicht 80. Ich leck mich doch am Arsch. Ich bin ein bisschen dafür. Unschuldigung, weil das ist ja die größte Lüge der Anstecker. Ja. Das ist aber nicht mehr. Das ist aber nicht mehr. Das ist aber nicht mehr so. Fick ihn mit, ey. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das ist nicht mehr so. Ich weiß nicht mehr, wie es aussieht, ne? Ach, du Scheiße. Das ist aber bald, ey. Ja, es ist dachte, ja, es ist alles nur unterströmend. Was ist das passiert? Ach, du bist schon gesorgt. Ja, das ist ja nicht mehr. Es ist doch doof. Es ist doch doof. Ja, ich kann mal sagen, hier beginnt das Magdeburg, ja, das heißt, der Magdeburg wird erst verlassen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wie lange das noch dauernd wird, hier in Schönberg ankommen ist. Das Bänke rücken, das ist vielleicht nur die Taten. Wir müssen da sitzen und wollen mal schon am Ball neben der See da. Die ganze Feuer schon komplett mit Längern ankommen. Der Mikrolob, mein Schwein pfeift. Im Ernst, ich würde alle verarschen. Die sollten jetzt eigentlich in diesem Schönberg 11 sein. Entschuldigt, es tut mir echt leid, dass es nicht so schief läuft. Und das ist jetzt echt, ich dachte, dass sowas war jetzt. Gut, wir sind jetzt wenigstens in Schönberg angekommen. Super. Wie sieht das noch? Jetzt guck mal, jetzt müssen wir gegen Frappes. Aber, das tut mir leid. Hier ist dieser Futur. Es gibt eigentlich einen Kanal. Hier ist Bahnhof zum Glück. Sie werden verschwunden mit dem Weg. Jetzt verspreche ich euch. Wie ist das Bude? Nächste Mal zum Schwierbeck. Für unsere sehr geehrten Fahrgäste aufgrund einer Dummheit der Geschwindigkeitsbegrenzungsangabe an der Strecke wird die Fahrt sich um 5 Minuten verspät. Die Fahrt ist nur der Fall oder der Schuhe. Die Fahrt sind nicht nur der Schuhe. Das konnte ich schon bauen, Alter. Ein größer fettes Teil da jetzt nicht. Streiten die? Das ist doch unten hier vorne. So, dann zu. Und weiter geht's. Weiter geht's nach Schönerick Elbe. Dann Schönerick Süd. Und dann Schönerick Salzeln. Und so. Endschluss. So, weiter geht's. Ja! So, nächstes Thema. Wenn die Folge so viel ist, das die Sonntag dass diese Folge Sonntag auch nicht erschienen ist. Und das jetzt die Folge so lange geht, dass jetzt zum Beispiel am Sonntag noch zwei oder eine Folge noch haben. Und dann wird es Montag weiter gehen. Die Videos sind noch am Nieder. Einmal guter Perfekt. Und jetzt kommen noch diese fünf, sechs Folgen dazu. Also das war genau eine Dauer. Glaube ich. Und ja. Ich bin jetzt einfach hoch lang, ja. Wenn die Folge oben ist, weiß es. Sommerbarger. Ganz einfach. Bisschen Salz angekommen. Die Stadt Flamm hoch. Bisschen Salz angekommen sind. Ich werd hier nicht warten, bis die Perfekt zu schließen. Jetzt schweiß ich mir aus. So weise. Eigentlich hoch. Also. Weil ich mir nicht gemeint. So. So. Nächster halt schon eine gelbe Ausstieg in Fahrtrichtung. Rech. Äh. Links. So. 15.05 Uhr. Was nutzt uns das? Drei Minuten Verspätung. Heuer Kalander. Heuer Kalander. Heuer Kalander. Heuer Kalander. Heuer Kalander. Und es fängt an zu ruckeln. der Crew. Heuer Kalander. Hier楚. Von Aldai. Even strand. Heuer Kalander. Präz dann gibt es den schönen Weg da ist es die Wohne Berge also die Strecke nein nein hier wenn man jetzt mal fragt das ist wie los geht das denn hin das ist die Strecke nach Halle die Strecke führt nach Halle ich baue sie nicht weiter ich weiß nicht weiter Aua naja dann komm ich hab ne gut ein bisschen Abfall oh ja gar eine Minute hätten wir jetzt den Salz ankommen müssen was machen wir jetzt so das gibt eine komische Frage aber wie geht es fallen lassen das machen wir aber nicht denn schon hatten wir den Verdacht ein so so sag ich gleich das schnurrt so voll von diesem Spiel ja wie sie stecken da das kannst du nicht erzählen nur hopp hopp Leute mache und die Leute nach Hause so 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 ja so 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 but so so Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, dies war die letzte Folge vor der Sommerpause von Train-Om-CTV. Ich gebe kurz in einer kurzen Sommerumgangspause, werde zahlreiche Let's Plays aufnehmen bis zu 40 Stunden und werde unterwegs sein. Und werde auch Fotos runter, also Fotos machen, viele neue Fotos, also schöne Sommer. Und ich hoffe euch hat das letzte Let's Show gefallen. Dies ist noch nicht die letzte Let's Show, es werden auch weitere Folge kommen. Die nächste Folge ist die S1, die nach Magdeburg gefährt. Danach kommt der Regionalbahn nach Elgastorf, der Regional ist beheißen. Und danach war es doch schon an Let's Plays. Ja, über den kleinen Fehler hier habe ich gedacht, ich war jetzt nur warm. Grundsätzlich noch mal die Strecken. Ich will nicht gleich sehen, dass ich zunächst noch flammer sich das bestimmt von sich berufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, guten Tag. Wenn ihr euch angucken könnt, würde mich über die Kommentare freuen. Und über Daumen hoch und Daumen runter. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt die Videos einfach hoch überlaufen. Es wird nicht Montag der 30. sein, wenn die 390 Video Urlaub geht. Es wird später sein, wenn die 6 Folgen schon sind. Und jetzt kommen noch zusätzlich die 1, 2, das sind 8. Dann können wir noch weitermachen. Und ja, wenn das Video oben das heißt, dass die 390 Video ist. Ich bedanke mich, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen, meine Strecke. Und ja, ich kann ja nur noch sagen, auf Wiedersehen, schönen Tag. Ich vermisse mich auch noch so nacken. Ich sag, die Türke war Schluss. Das ist eigentlich geht. So. Und hiermit bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen und sage Tschau. So. Ja. Hier zeige ich euch nochmal gleich das Top, wie es aussieht. Gar keine Niemann oder alles. Bahnschranke. Ja. Das gibt es bald. So. Achso, die Anzeigetafel habe ich auch weggemacht. Weiß nicht so schön weg, was es jetzt einen gibt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr Kommentare schreiben würdet oder einen Daumen nach oben macht. Sonst wünsche ich euch schöne Sommerferien. Auf Wiedersehen. Euer Train Omsi TV Most enthusiasts. Monten